Ja moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video vor mir und in diesem Video gucken wir uns wieder den täglichen Gegenstandshop an. Ihr seht es schon, wir haben etwas Neues im Gegenstandshop bekommen und das wollen wir uns auch mal direkt anschauen. Aber davor würde ich sagen, lasst auch immer mal ein Abo da nach der Glocke aktivieren und Leute, ganz ganz wichtig, mein Creator-Code auch eingeben. Wenn ihr mich kostenlos unterstützen wollt, wäre mir auf jeden Fall eine richtig riesen Ehre. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für den Support in den letzten Videos, ist auf jeden Fall eine krasse Sache gewesen, Dankeschön dafür. Jetzt fangen wir mal direkt an mit dem Shop-Video. Viel Spaß! Und wir fangen heute mal wieder mit einem Emote an und zwar Royale Muckis. 200 V-Bucks für dieses Emote, zeige deine Moves auf dem Schlachtfeld. Ja, diese Beschreibung sehen wir relativ oft, muss ich sagen, aber ist ganz schlicht, muss man nicht viel drum rum reden, denke ich und erklärt sie auch von selbst. Wir gucken direkt mal weiter, blutroter Speer für 800 V-Bucks, ein verwegener und tödlicher Aufklärer, ein ungewöhnliches Outfit. Ja, 800 V-Bucks gefällt mir jetzt nicht so gut, muss ich sagen, also das Design ist jetzt nicht so mein, es ist ja chinesische, einfach nicht so mein Ding. Keine Ahnung, eure Meinung, gerne mal in die Kommentare, aber muss meiner Meinung nach nicht sein. Dann haben wir einen süßkram Hängegleiter für 800 V-Bucks und das ist auch ein Hängegleiter, der meiner Meinung nach nicht so cool ist. Also irgendwie gefällt mir der Shop bislang nicht, aber wie gesagt, eure Meinung zählt natürlich auch. Ihr habt vielleicht eine andere Meinung, dann ab damit in die Kommentare. Partylöwe für 1500 V-Bucks gehört ja zum Raptor, aber heute nicht der Raptor, sondern nur Partylöwe für 1500 V-Bucks. Einige von euch wollen das Ding haben, einige nicht, aber wie gesagt, heute im Shop und die Kugel ganz unten, da war mal eine 8 drauf. Keine Ahnung, warum die 8 nicht mehr da ist, verstehe ich nicht, aber wir gucken direkt weiter. Tiefseemacht für 1500 V-Bucks, dieser Skin war zuletzt vor 114 Tagen im Shop. 114 Tage ist es her, Tiefseemacht hält dem höchsten Druckstand, Teil des Tiefseesets, mit dem Octo-Tank Rückenaccessoire für 1500 V-Bucks. Eure Meinung auch mal in die Comments, ist jetzt glaube ich nicht so jedermanns Sache, aber es gibt bestimmt einige, denen das gefällt und die sich das bestimmt mal gönnen würden. Wir gucken weiter, denn Oldschool, ein seltenes Emote, einfach zeitlos, hört einfach mal kurz rein. Ja, erklärt sie auch von selbst, wir gucken direkt weiter. Und zwar Schlürf, für 700 V-Bucks eine neue Lackierung und die sieht wirklich sehr speziell aus, muss ich sagen. Also die sieht schon fast durchsichtig aus, habe ich das Gefühl, aber absolut gönnbar für 700 V-Bucks. Wenn ihr euch etwas im Shop kauft, mit meinem Creator-Code, Leute, dann markiert mich auf Instagram oder postet das, schickt es mir per PN oder so und dann poste ich das in meiner Story und gönne euch ein bisschen Hack und verlinke euch natürlich auch. Hier haben wir dann nochmal den Finster-Bomber für 1200 V-Bucks mit der Tasche der Finsternis als Rückenaccessoire. An sich cooler Skin, ähm, rip a little Kevin oder Kevin der Würfel, ich hoffe du kommst irgendwann wieder. Donnerrost für 1200 V-Bucks, der habe ich tatsächlich sogar im Besitz, Schwing den Donner-Teil des Sturmwolken- und Gewittersturm-Sets, habe ich absolut gefeiert, habe ich mir auch direkt gekauft. Glühv der Dunkelheit habe ich tatsächlich geschenkt bekommen, ich weiß gar nicht mehr von wem, ich glaube von Apu, größere gehen raus auf jeden Fall an den Kokosnusskopf. Ein geheimnisvolles Zeichen, Teil des Sturmwolken-Sets, auch ganz ganz cool gewesen. Dann haben wir natürlich nochmal Synapse für 1500 V-Bucks mit dem Holopack oder Pack Rückenaccessoire von gestern und Hexwelle für 500 V-Bucks ebenfalls nochmal einmal im Shop. Hier jeweils nochmal mit einem grünen Stil und das war der Shop von heute. Eure Meinung gerne mal in die Kommentare, ansonsten natürlich ein Abo dalassen, Glocke aktivieren, Creator-Code im G-Shop-Shop eingeben, Meta-8 und euren Freunden weitererzählen, dass ich die ehrenhaftesten Shop-Videos mache. Wir sehen uns im nächsten Video, ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.